Hier haben wir die Shopping Mall. Hier gibt es dann die Billard. Die kann man dann hier kaufen. Super schön gemacht. Guten Tag. Hier gibt es dann noch die Alkohol. Manchmal ist es eine Stimmung. Manchmal ist es auch. Hier haben wir die Auflöser. Das ist super toll. Super toll abgeauft. Wird die Frau nicht schon geguckt? Das ist perfekt. Toll. Dankeschön. Hier gibt es schöne Schmuckteile. Können Sie dann schön kaufen? Ja. Der Herr bereitet Sie dann. Genau. Wenn Sie für Ihre Gartin etwas Schönes brauchen, gehen Sie einfach mal hierher. Für einen besonderen Anlass.